Aber grundsätzlich wäre ich gar nicht so undankbar für ein bisschen Energie hier. Damit sind sie hier gerade echt geizig, ne? Ich glaube, ich habe mehr Leben gefunden als Energie. Definitiv mehr Leben als große Energie. Nein! Ich habe es verpasst. Ja, selber müssen wir nochmal besuchen. Ähm, kriege ich es hin. Hilfe. Alter, mach sowas nicht nochmal. Nein! Lüß. Okay, weg mit euch. Fuck it, Mann, ey. Es nervt mich voll, dass ich das Ding da nicht getroffen habe. Fuck. Mann! Der ist echt gut, der Penner. Der hat er drauf. Der macht mich echt fertig. Oh, ich habe nochmal die Chance, das zu kriegen, oder? Ist das richtig? Sehe ich das gerade richtig? Ich glaube schon. Hä? Ne, habe ich nicht. Ha, fuck. Oder? Doch, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich. Ich kann die Schüsse von denen zerschießen. Könnte ich nochmal einen tanken? Ne, leider nicht. Tanken da rum, oder war das Basabi? Ah. Stirb. Stirb, stirb. Stirb, stirb. Danke. So. Hier, geht der jetzt los. Ja. Ja. Ha. 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 Nichts vom Weg nochmal besuchen müssen. Ne, ne. Ich habe drauf. Ja, zwei Leben habe ich noch. Ich glaube, ich werde den einen. Ah, sie. Ich habe den total vergessen. Oh, der Scheiße. Die werden euch einfach umrennen. Ich versuche es zumindest. Das, glaube ich, nämlich im Sack. Ne. Nein. Falsche Richtung gerutscht. So, okay. Hey, Boss Time. Keine Ahnung, ob wir was können. Ich habe den Kick noch nicht verstanden, leider. Was machst du denn? Was Schlimmes? Yay. Ekelhaft. Nicht cool. Echt nicht. Okay. Sollte, rutsch doch einfach. Nein. Nicht machen das jetzt hier. Alter, ich habe keine Chance gegen dich. Das meinte ich, weil das ist, äh. Okay. Ich rall den Kick nicht. Tut mir leid. Ich bin da zu doof. Ich glaube, ich schaffe den auch nicht. Ich ziehe ihm zu wenig ab in meinen Waffen. Scheiße. Aber wir haben den Buchstaben schon mal. Das ist doch schon mal ganz nice. Ja, jetzt macht er seinen Kack da. Kacktai! Oh, fuck. Nein, Alter. Ganz schön stark unterwegs, der Sack. Fuck. Wie zum Teufel. Soll man den, den ausweichen? Wenn ich schnell genug bin, kriege ich das vielleicht doch hin, ne? Mit meinem letzten Leben jetzt wohl bemerkt. Nein! Soll ich zu hoch springen? Wenn du nur den einen Schuss machst, dann kriege ich dich vielleicht doch noch gebacken. Ja? Ja? Oh, ist das schön. Ich mag Megaman. Erstmal ein Schlückchen zum Triumph. Weil ich sage überhaupt, Flying Power, Sugar Free. Da sind die Billigen von, keine Ahnung, Lidl oder so. Energy Drinks. Was kriegen wir denn jetzt? Bestimmt die vier Pünktekister, ne? Schön in Türkis. You got crystal... Ei. Crystal Meth. Stage Select auf jeden Fall. Ich würde sagen, was haben wir jetzt? Ja, 25 Euro. Eine können wir auf jeden Fall noch machen. Aber wogegen denn? Und, ähm... Oh, ne? Wie gesagt, den Kicker... Ich habe keine Ahnung, ob ich den Kick benutzen soll. Sollen wir Gyro Man mal nehmen? Gravity Man. Gravity und Gyro, das könnte natürlich auch sein. Gravity gegen Stone und Gyro gegen Gravity. Stein gegen... Könnte irgendwas sein, was ich schon kaputt gemacht habe. Ich habe keine Ahnung. Ähm... Ach komm, was soll's? Ab dafür, einfach mal zum Starman. Oh, sieht aus wie so ein Superheld, der nix kann. Was wird bestimmt der Schlimmste von allen sein. Ich sehe es schon kommen. Oh, cool, Space Basis. Mit nem wunderschönen Mod, wie romantisch. Aber ich kriege mich... Oh, wir haben hier wenig... Oh, scheiße. Schwerkraft. Nein, Lauf, Lauf. Oh, so. Ich habe kein Leben mehr. Das ist nämlich ein Problem tatsächlich nicht. Aber... Aber vielleicht reicht es aus... Um mir noch irgendwo den Buchstaben zu stimmen. Äh, okay. Da... Da fahre ich doch bitte das nix mal vor. Ah, guck mal. Nice. Nietzsche. Flomps. Oh, gefühlvolle Springen, die schöne Freude. Da freue ich mich drauf. Hallo? Psch, schnitt! Brrrr. Nein. Ja. Komm, komm. Lass dich treffen. Können. Nein. Alter, ich darf nicht so springen, weil da oben die, äh, Sternenstacheln? Kann man nicht so nennen, ich habe keine Ahnung. Die töten uns natürlich. Ist doch klar, das sind normale Stacheln. Ja, leck mich. Oh, scheiße. Okay. Flomps. Gebt mir bitte doch mal ein bisschen mehr Energie her, oder Leben, oder beides. Oh, oh. Ich denke mal, ich muss irgendwie auf die linke Seite kommen. Ich behaupte es einfach mal. Nein! Okay. Ich kann mir vorstellen, dass ich da hin muss. Weil, ähm, da ist ein Gegner und ich muss starren passieren, um da hinzukommen. Und man kann da runter. Heißt für mich, geh mal da hin. Aber ich habe ein ungutes Gefühl hier in dem Level, muss ich sagen. Ich glaube, hier muss ich noch gar nicht hin, weil es sieht nach einem Scheiß-Level aus. Komm, wir machen jetzt Wave-Man. Scheiß drauf, hier. Einmal ein Wasser-Level. Mit seinem Triton. Ne, das ist nur eine Harpune, die er hat, ne? Kein Dreizack. So, okay. Gucken wir uns das doch mal an. Wasser-Level sind auch immer scheiße, aber... Oh. Ähm. Wie gehst du? Boah! Jetzt willst du mich verarschen. Ohne Scheiß. Alter! Was? Wie soll ich dir mir denn ausweichen? Wo hörst du jemanden auf? Ach, du hörst jemanden auf. Sagst du. Da kommst du wieder. Ach, die Kette tut mir gar nicht weh. Okay. Da kommt was rausgedüst, oder nicht? Ähm. 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 Wir haben doch irgendwie das große Energie gesehen davor. Ach du, das kann man gar nicht tun. Weiß ich irgendwie... Ich mag die. Boah! Ich... Gott, Gott. Ich passe aber auch die auf, ne? Alter! Was ist denn hier los? 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 Ihr müsst mit dem Geräusch leider relativ häufig vorliebieren, weil ich will natürlich immer meinen Schuss aufgeladen halten. Ach, please! Auch das gibt es in irgendeinem späteren Megamental. Ach, scheiß drauf, komm. Ähm. Ich muss gleich auf andere... Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ja? Nein! War's gut? Natürlich nicht. Nö. Bleib stehen. Okay. Die Frage ist natürlich... Ach, ich komm weiter. Ich das nicht. Ich hab jetzt irgendwie Panik gehabt, dass ich jetzt irgendwie nicht mehr weiterkomme. Ja, lustig. Äh. Sleißen. Uiuiui. Hey, 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 hey. Machen wir's doch einfach nochmal. Oder? Ja, ja. Brrp. Hab ich auf jeden Fall verstanden. Einmal nach links rüber. Sobald es geht. Und ha. Und ha. Tada! Hast du ja auch irgendwie Megaman 9 oder 10. Die haben auf jeden Fall offensichtlich recht viel recycelt. Ähm. Ich brauch doch hier irgendwas um... Oh. Schon sagen. Was soll ich das denn schaffen? Also bisher hält sich das Wasser hier noch in Grenzen, ne? Wo ich euch komplett gerechnet hab. Und das sieht sehr friedlich hier erst aus. Schöne Gegend. Oh no. Oh no. Was ist das? Ich mag sowas wirklich nicht. Sowas ist scheiße. Da guck ich, krieg ich nicht kaputt. Wasser, ich kann machen, was ich will. Krieg ich sie nicht kaputt. Von hinten kommen keine Gegner, ne? Ne, nein, nein. Ich hab's grad noch gesagt. Das ist nicht so fast. Ha. Ich hab Energie bekommen. Ich liebe dich. Nein. Ich will noch mehr Energie haben. Oh, scheiße. Brrrr. Ja. Das war große Energie. Oh mein Gott. Ich liebe dich. Ja, ja, ja. Ich steige es vielleicht doch gar nicht so. Scheiße. Fällt mir doch ganz gut. Oh, schön lecker. Ich kann seine Energie aufladen. Das war's jetzt. Nein, ein Zwischenboss. Boah, das. Du, was hast du denn für Kanonenkugeln, Alter. Lack ist so schön. Aber der ist eigentlich recht easy. So wie es aussieht. Dann haben wir nur sein Kükelchen und dann verpisst er sie wieder. Jetzt kann ich ihn schön behaken. Boah. Aber man muss eigentlich schon die nötige Geduld mitbringen. Was ich grad offensichtlich nicht getan hab. Äh, einfach weiter, oder? Ah, okay. Dann geht's scrolling direkt weiter. Dann geht's down. Ich brauche Energie. Also langsam ist aber echt kritisch mit Energie. Ja. Ein wenig wenigstens. Oh, ja, 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 ja. Aus der Luft gefischt. Haha. Ich sag, die, die, die große Energie, die bringt's wirklich. Ist echt nicht verkehrt. Okay. Ja. Ja, ich hab's gefischt. Sehr gut. Haben wir schon drei Buchstaben? Super. Oder ist das vielleicht sogar mega? Oh, shit. Jawohl. Komm, Land. Dankeschön. Ah, ich luchte automatisch dahin, okay? Oh, ja, 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 ja. Okay, das war easy. Ich hab mit Schlimmabem gerechnet, geb ich zu. Gut. Ähm. Ich weiß immer noch nicht, wofür ich diesen fucking kick. Ah, so funktioniert der. Ha, lustig. Okay. Ja, okay, man muss rutschen, um den einzusetzen. Macht Sinn. Klar. Wie viel Leben hab ich noch? Ich müsste noch zwei haben. Sehr gut. Wie bist du denn drauf? Uah. Sprudelig. Na, er hat wobei... Wobei? Also wenig Schaden macht das jetzt auf jeden Fall nicht. Ich glaub, das ist die Waffe von dem. Ja, hat, äh... Gut funktioniert? Nein. Aber egal, komm. Hier scheinen die Waffe gegen ihn zu haben. Oh, vielleicht macht's da einfach immer so viel Scheiden, weil da so ein bisschen der Kamikaze-Waffe ist. Ich sag mal, letzte Chance jetzt eigentlich, ne? Auf den Sack. Mann, bist du eigentlich nur doof? Jetzt mal ohne Scheiß. Ja. Okay. Komm, ich krieg dich. Schön mit der Blutgrätsche. Oh, ist das schön, ey. Drei Leute einfach mal fertig gemacht. Damit hab ich aber nicht gericht, dass das jetzt die Waffe gegen ihn ist. Könnt ihr jetzt eigentlich... Weil ich schätze mal... Also Waveman und Napalmman. Das könnte natürlich auch so ne... Weil Wasser gegen Feuer, ne? Aber Feuer gegen was denn dann? Stein? Macht ja auch keinen Sinn, ne? Gegen Gravitation vielleicht? Schön blau. You got Waterwave. Frage ist, wo ist das gut? Ich weiß nicht. Ja, komm. Eine machen wir noch. Äh... Ja, komm, wir versuchen uns. Boah, das ist bestimmt so böse. Das ist bestimmt ein richtiges Kackele. Äh... Alter, schon Napalmman. Der Name, ne? Kann auch einfach, wie es der Epocalypse heißen. Oh, schön. Schön in Vietnam, ne? Das ist so krass. Äh... Tiger. Okay. Ja, super. Das ist ja nochmal lebt, ne? Das ist ja das Schlimmste, was man in den alten Megamaterial machen kann. Zurückgehen. Weil man Angst hat. Oh, oh, oh. Nein, kein Tiger. Ha. Pui. Jetzt kann ruhig nur einer kommen. So. Fratzen. Geballer. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, mein Gott. Dann erst mal auf, weil... Ich hab so eine Befürchtung, dass da noch einer ist. Genau. Und da ist auch noch einer. Richtig. Da oben. Tchou. Oh, jo. Flums. Nein! Ich verballer immer, dass die springen. Die Assis. So. Ah, okay. Oh, okay. Es sind viele Leute. Oh, es hängt meine Leute da draus. Guten Tag. Ich hab echt nur einen komplett aufgeladenen Schuss aus. Plus ein klein. Oh. Uiuiui. Okay. Ich weiß nicht, ob die mich instant deathen. Instant deathen, genau. Wie? Zum Teufel. Ähm. Achso. Entschuldige. Mal empfehlen. Ich hab mich damit gerechnet, dass ich es zerstören kann. Wirklich nicht. Das ist doch mal... Das ist doch echt... Alter. Das ist echt unter aller so. Tut mir leid. Da fehlt mir so ein bisschen das Niveau. Oh, schon wieder verballert. Oh, dankeschön. Flups. Flups. Wie ein junger Gott. Himmel. Oh, was war hier nochmal? Fette Kanone? Nee. Nur ein T-Shirt. Der T-Shirt. Ist der Leopard. Ist der T-Shirt. Ach, welcher Film. Äh, Leben. Sehr gut. Das brauch ich, oder? Weil, äh... Habt du doch eins, glaub ich. Oh, jetzt leck mich. Arsch. Leck mich. Jetzt warte ich gleich. Am Ende des Bildschirms. Bis das Ding gespawnt. Und die töten mich wirklich direkt. Böh. Gedurch hat. Macht das nicht nochmal. Lalalalala. Mein Kabel vom Headset verabschiedet sich. Okay. Ein Metroid-Rätsel. Wie schön, wie schön. Und dann vielleicht mal irgendwo hochspringen. Nope. So. Ich würde mich mal interessieren. Dann müsst ihr jetzt ja noch nicht schreiben. Aber vielleicht irgendwie in einem Part, wenn ich... Äh, jemanden doch mal die acht Leute kaputt gemacht haben sollte. Was die eigentliche Reihenfolge sein sollte eigentlich. Die optimale. Ihr kennt euch ja mit sowas immer aus. Ich nicht. Ah, okay. Man kann auf den Leiter schießen. Sehr gut. Böh. Hehehe. Oh, oh. Oh. Bitte verschwinde mir nicht. Nein. Nein. Ach, scheiße. Ein Versuch war es wert. Okay, 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 okay. Ist mir jetzt erstmal egal. Hauptsache ich hab dich. Hauptsache ich hab dich. Hauptsache ich hab dich am Mund. Ja.